Heute sind wir alle ganz schön high bei High on Life. Jetzt bei Rocket Beans. So, Leute, so geht Code Opens. Was für Drogen habt ihr genommen? Alle, die man sich vorstellen kann eigentlich. Extra nur für das Spiel. Die werden mitgeliefert. Yes, und wir haben jetzt hier ein sehr ungewohntes Let's Play Setting, also auch für uns. Und zwar sind wir hier zu viert, spielen aber ein Einzelspielerspiel. Ich kann nicht mehr reden. Und zwar spielen wir High on Life. Und deswegen, das ist ja das Spiel von den Rick und Morty-Machern. Deswegen fangen wir mal an. Erst mal Esther, schön, dass du hier bist. Was ist deine Verbindung zu Rick und Morty? Ja, ich lieb's. Das ist schon ewig. Ich war einmal bei Rick und Morty Endgegner sogar dabei. Hab großartig verkackt. Niemand darf sich das jemals angucken, bitte. Aber ja, ich liebe die Serie auf jeden Fall. Sehr gut. Sam, hi. Hi. Wie ist es bei dir? Grüß dich doch erstmal. Ja, ich find's auch ganz geil. Also ich hab die erste Staffel auf jeden Fall auch relativ oft geguckt. Da war ich noch richtig Fangirl. Ähm, ich hab mir damals einige Fragen für das Rick und Morty Endgegner ausgedacht und hatte Johanna das vorhanden. Das waren offensichtlich ein bisschen schwierig. Aber ja, ich bin auch großer Fan. Ich hab allerdings noch keine Ahnung von dem Game selber. Ich weiß nur, dass es von den Machern ist. Dachte bis gestern Abend noch, dass es Multiplayer wird. Ich bin mir auch verwundert, dass wir jetzt hier alleine Singleplayer spielen. Aber ich bin gespannt. Sarah. Ja, hi. Ich hab gar nicht so viel mit Rick und Morty zu tun. Leider, wie mir öfters gesagt wird anscheinend, ist es ja sehr gut. Und ich glaube, dass Anton das auch so einigermaßen als, ähm, ja, wie heißt das, wenn Leute in so eine Maßnahme geschickt werden, damit sie nochmal viel mehr miteinander zu tun. Teambuilding. Teambuilding. Und auch vielleicht so ein Wissenslücken schließen ist, dass wir jetzt alle vier hier auf dieses Sofa gesetzt wurden, ohne zu wissen, dass wir wahrscheinlich uns gegenseitig zugucken werden beim Singleplayer spielen. Naja, wir reichen das Petter munter weiter. Es ist ja, ich hab's damals auf der Gamescom angezockt, es ist auch kein kompliziertes Spiel, also da kann jeder mal ganz schnell reinspringen. Und deswegen würde ich sagen, Sam, blick doch direkt los. Okay, dann gehen wir doch mal rein. So, wir fangen jetzt ein neues Spiel an und nehmen euch ganz von vorne mit. Yes, wir zocken das Game auf Englisch, ähm, denn Rick und Morty werden die meisten auf Englisch, äh, schätze ich mal, schauen. Ähm, haben aber auch deutsche Untertitel aktiviert. Deswegen, wenn man mal was nicht versteht. Ich glaube, es gibt auch keine deutsche Sprachausgabe, oder? Weil unsere Dixbox ist auf Deutsch eingestellt und wir können nicht... Oder so. Okay, was geht hier ab? Jetzt ist er aus dem Ruhestand zurückgekehrt. Zu sichern. Der Weltraum. Zu sichern der Weltraum. Okay. Gute Übersetzung. Bug Thunder 2. Wir spielen gar nicht High-On-Life. Wir spielen jetzt Bug Thunder 2. Das ist Zeno-Slauter. Zeno-Slauter. Ich liebe ja Games in Games. Bin mich gespannt, was jetzt hierbei rauskommt. Ein Game in einem Game in einem Game. Habt ihr ein Lieblings-Game in einem Game in einem Game? Ähm, äh, Gwent. Ja, gut. Wow, okay. Ist das Ricks Stimme? Ja. Schöne Hommage, so ein bisschen auf Doom und alles. Ja. Lieb ich. Phil, you're a divorce lawyer again. You remember how to move and jump and everything, right? There's shit on the screen that tells you how to do all that stuff. I mean, come on, Buck. This is the second game. You know how to do a... Alright, Buck. You're gonna have to use the brand new Double Jump. Äh? Das macht kein Doppelsprung, ich spür's. Achso, das ist vom Game Extra so. Äh? Schlau. Meta-Hummo. Ja. Lieben wir. Ich liebe so was, ey. Ich glaube, warte, du musst springen. Und jetzt nach rechts, oder? Ja. Oder bis du von da kommst. Nee. Oh, Ziel mit Controller. Einfach so geil. Shoot, Buck. That's what I'm talking about, Buck. Kill those fuckers. Yeah, kill those fuckers. You're so fucking cool. Oh, I'm so excited and lit up to be your divorce attorney. You have no idea, you're my favorite client. Alright, Buck, just open that door. So, jetzt muss der LB drum klemmen. Ja. An der Tür, oder? Ja, ja. It's the easiest part, Buck. It's the beginning. Oh, ja. Oh, my God, Buck. You did it. Ich hab' den selbst gemacht. Ja, aber einfach so. Ja, aber einfach so. Labern, labern, labern. Aber... Wieso ist er der divorce attorney? Ich check's nicht so gut. Hä? Das Spiel versucht, dich wütend zu machen. Leute, kennt ihr das nicht? Also mein Scheidungsanwalt macht auch alles für mich. Krieg ich für mich einkaufen. Äh, und komischerweise habe ich einen Scheidungsanwalt, obwohl ich noch nie verheiratet war. Normal. Ach, Jesus. Ist schon mal Mut vorher, einen zu haben. Ja, eben. Ja. Und wenn ich heiraten will, wird alles tun, dass es gar nicht dazu kommt. Was sind die Wahrscheinlichkeiten? Ich weiß, das ist wahrscheinlich was du denkst, aber... Geh raus da und kill dem, Buck. Was ist das? Wir gehen zurück. Na los. Die halten auch ganz schön was aus, ne? Ja, wirklich. Dafür, dass es so blöd ist, mit diesem Mini-Steuerkreuz auf dich zu zielen. Hab ich irgendwie eine Lebensanzeige oder so? Nö. Ich überlege gerade, ja. Okay, dann ist es erstmal Intro, dann ist es ja egal. Mach, wie du Bock hast. Hey, open up. You gonna hide in there all day? Mom and Dad just left. Ah. Da kommt die Meta-Ebene vom Spiel und Spiel, klar. Bin ja echt gespannt, wie sehr uns die Knarre... Wer steht neben der Siebe? ... schon nach so einer Stunde auf den Sack gehen wird, wenn die ganze Zeit bleiben spricht. Ich bin mal gespannt, lauert die so viel? Hast du das auf der Gamescom mitbekommen? Oh. Oh mein Gott, was für ein Crud! You know they were pissed, right? Whatever, we got the place to ourselves now. Oh mein Gott, don't give me that luck, Nark. What, are you mad that I'm throwing this party tonight? Ja, das dauert zwei Minuten. Oh Gott, okay, es wird rein, guckst doch. Ey, da war mein Code oben ja echt passend. Ich mein, das Spiel heißt es halt auch einmal, klar. Ja. Here, come on, try some. Äh, okay. Jallo Sam. Ja, rein nach dir. So Sam! Jetzt muss gekokst werden! Oh! Oh, wer sind wir denn? Oh, it's kicking in. Oh, what is wrong with your face? Ich bin für eine Frau. Nee, find ich gut. Wie? Ja. Okay. Hey, wir nehmen jetzt keinen Koks? Okay, wir nehmen ja die. Enttäuschend. Das ist echt ein bisschen enttäuschend. Muss ich sagen. Alright, I'm gonna go get ready for the party. Ich hätte jetzt auch gedacht, das wäre der Aufhänger, dass das irgendein ganz komisches Zeug ist. Ja, und dann... In der Fantasiewelt landet. Genau, ja, dachte ich auch. Ich dachte jetzt, man sieht da sein Spiegelbild und dann bewegt sich das wie es so guckt. Ja, genau, dachte ich auch. Tja. Chance vertan. High on life. Gibt's hier geile, weirde Sachen an der Wand, Sam? Lass mal es anschauen. Space Elephant. Darkening. Okay, ja. Eine Rick and Morty versteckt. Nee. Blame. Da war dein Jugendzimmer geiler, würde ich mal schätzen. Das bin ich. Okay. Oh, yeah, Party Shit. Hallo, Liebling. Es wäre schön gewesen, wenn du runtergekommen wärst, um dich von deinem Vater und mir zu verabschieden, bevor wir gegangen sind. Die Storyline ist, dass die dann einfach abhauen, statt irgendwie nochmal zu klopfen oder so. Wir hoffen, du weißt, dass wir dich sehr lieben. Aber wir können dich nicht weiter unterstützen, wenn du den ganzen Tag nur rumsitzt und ein Videospiel schließt. Was soll das hier? Das ist doch Rocket Beans. Du sollst dem Beispiel von Lizzy folgen. Sie wurde bereits an drei tollen Schuhen angenommen. Ich hoffe wirklich, dass du dich zusammenreißen kannst. Ja. Warum überlegst du dir nicht einen Plan? Und sie guckst. Ich wollte gerade sagen, sie kochen und schmeißen Hausparty, sobald ihr das Haus verlasst. Also ich würde mir nochmal Gedanken über Lizzy machen. Aber okay. Ja. Also ernsthaft. Na gut. Aber ich hoffe offensichtlich, mit hier jetzt die Party zu organisieren. Das finde ich okay. Wo kommt der Teil mit der sprechenden Waffe, mit der du dich durch irgendwelche Aliens... Ich will jetzt auch richtig entspannen, was passiert. Oh nein. Alles klar. Get down and stay quiet. Okay. Problem. Ich bin mir unsicher, dass wir dich auch was gezogen haben. Alles klar. Dieses einzelne Auge. Oh nein, nicht Mr. Pilfray. Nicht Mr. Pilfray. Was ist denn... Tja, das war's wohl. Hat er ihn gerade geraucht? Ich habe es auch nicht ganz geraucht, aber ja. Er könnte auch aus dem Mund gefurzt haben. Oh, okay. Die haben offenbar Stress. Die sind doch zusammen angekommen. So, Leute, wo bleibt die Alien-Knarre? Was geht hier ab? Vielleicht hat der die Alien-Knarre. Ja! Okay. Alles klar. Ah, Mordi. What a nightmare. Listen, can you pull the inhibitor chip out of me? It's the metal thing stuck in me. Just pull it out. What the fuck is that? Oh, that feels so much better. Thank you. Yeah, sorry about the spit. I needed to get you infected with the translator microbes. That's sort of how it works. I guess you guys don't have those here yet. Listen, my name's Kenny. I'm a Gatleon. Kenny. We gotta kind of, we gotta move. What is it? Is it talking to you? Maybe we should go back to the house. Ignore her. It's very important that you listen to everything I say. Okay, it is your lucky day right now. We can survive this together. If you just listen to me. You guys are gonna turn your whole species into drugs. Can you handle a gun? Also, wir sollen in Drogen verwandelt werden? Ja. Interesting. Also hat der den Dach so raus, übrigens. Ja, I'm trying. Aber das Ziel ist mit dem Kontrollen ein bisschen tricky. Okay, ja. Hä? Ah. Good to know. Thanks. Ja. Komm schon, Sam. Ja, ich bin fertig schon. Sehr gut. Ja, ich bin noch dabei, mein Freund. Sorry, Leute. Das ist wirklich schwierig. Du machst das super. Das ist auch so geil, wenn ich einfach da rumsch... Das ist unser Planet, Bro. Toll, unser Planet zum Arsch. Ja. Es ist auch so geil, wie sie es einfach macht, ohne es zu hinterfragen. So, ja, ist mein Heimatplanet, ist mein... Hier bin ich zu Hause. So eine sprechende Waffe kommt an und erzählt mir hier einen vom Pferd. Ja, klar, kein Problem. Wir werden bald in die Luft gesprengt. Oh oh. Ja, aber es sieht auch echt nicht gut aus für unseren Planet. Oh oh. Du musst... Ja, genau. Zielen schießen. Das ist so geil. Du musst denn die Schwester nicht auf dem Haus... Wünscht dir, dass wir bei der Arbeit so ein Laptop-Text, wenn wir arbeiten, dann so... Oh Gott, bitte nicht. Ja, du schreibst... Berti, du schreibst gerade einen so guten Off-Text. Ja. Und dann so, nein. Du kannst Reinke nicht so eine pissige Nachricht schreiben, dann wirst du gekündigt. Okay, jetzt würde ich gerne deine Drafts mal sehen. Oh, da dürfte ich niemals reinschauen. Okay. Wow. Ah, okay, ciao. Kommen da denn immer mehr? Ach so, ich muss... Muss ich die überhaupt alle killen? Renn mal rein. Ja, du chillst hier, oder was? Weiß ich nicht, ob du... Microwave. Da ist er doch. Wie kommt man auf so eine Story, Alter? Ich hätte da nie Glück. Ja, ich auch. Worum geht's wohl die ganze Zeit? Aber wenn man sich... Ich finde die Storyline noch ganz sinnvoll. Aliens kommen und wollen einen Planeten. Also bisher finde ich es doch gar nicht so abstrus, wenn man sich irgendwie Adventure Time-Folgen mal anguckt, was dann eben passiert. Aber gut, bei Adventure Time würde ich auch denken, da wurden die ein oder anderen Substanzen konsumiert. Wir sind mit dem Haus quasi. Oh Gott, wie sie aussieht auch. Ja. Die hat ordentlich Aliens gemetzelt. Nein. Sieht gut aus. Nice. Weiß mal was zu haben. Aha. So geiler ist es so. Pizza-Werbung. Crosslord. I don't know how we're gonna find Gene, though. Let's just ask around. There's all kinds of aliens out here. Okay, wir sollen Gene finden. He is famous. Kannst du vielleicht sagen, wieso wir Gene finden sollen? Nö. Wer was oder wo er ist. Ich hab's irgendwie auch nicht ganz was... Ist das ein Alien? Oh, that's a luglock over there. There's usually some good loot inside, but we need some kind of sharp device to open it. Okay. Das ist ein bisschen unfreundlich gewesen. Wieso kannst du die Leute nicht fragen? Ja, wir sind ja nicht bei Erd. Ja. Ich muss einfach ein bisschen rumlaufen. Achso, okay. Ja, versuch ich doch. Ich glaube, dieser Abgrund ist echt interessant. Wo die alle hingucken. Richtig interessant. Okay, hier. Okay, easy. Soll ich mal weitergeben? Aber echt? Ey, ich hätte da nicht reingeguckt, wenn ich das gerade geteased hätte. Sorry. Seid so geil. Ich bin auf einem neuen Planeten reißen. Also bisher hast du ja keinen Schaden. Ja, da. Auch kein... Hat er den Bounty Hunter, any idea, where he might be? Who? No. Do you know, how many freaking people live here? And you expect me to know this guy? No. No, no, of course not. Okay, not everyone's gonna be helpful. Sorry, Alter. Ich bin ein bisschen unfreundlich. Na, alle, die da so runterkommen. Oh, er sieht aus wie der von... Wie das Alien von Toy Story mit den drei Augen. Er ist groß geworden. Ja. Oh, man. Oh, man. Ah. Ich hatte schon... Ich glaube nicht, dass die, die alle hier am Anfang rumstehen. Und doch jetzt? Dass die das irgendwie wissen? Die Bounty Hunter, Gene Zeruthian. Ah, you must be confused. Please go. What did you mean by that? Klein den mal ab. Kann ich nicht. Let's not kill him, okay? Ich bin mal gespannt, was die Waffe sagt. Nee. Nee, also auch dem Typen. Nee, nee. Okay, this isn't going so well, but let's keep going around. Hier ist es nicht an seinem Kopf vorbei. Find something, I swear. Na gut, wir müssen ja nicht gleich irgendwelche Zivilisten ballern. Mann. Der redet wirklich nicht. Der auch nicht. Also ich dachte erst, es wäre ein Bug gewesen, weil du dann runtergesprungen bist, dass es sich dann irgendwie... Ach so. Oh, der wieder gefangen hat. Ach da, der sieht doch gut aus. Ach, das ist doch der vom Eingang spiel, oder? What do you want? You're not the famous bounty hunter Gene Zeruthian, are you? Who's asking? You're really Gene. Yeah, I'm really Gene. That's me, like on the ads. War das da die ganze Zeit? Wahrscheinlich. Da sind wir schon ein bisschen erschlagen, dass wir das jetzt nicht explizit wahrgenommen haben. Finde ich okay. Oh. Kannst du uns in die Richtung of, you know, a bounty hunter friend that's still working, you know, still has their legs? Oh. Oh, 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 oh. Look at that nice house. Oh. God damn. Where'd that come from? Das ist das. Great fucking house. You see that house? Huh? Oh, yeah, I do. Yeah, that's this hairy alien's house. The one holding me. God damn. Can't stop looking at that beautiful house. Yeah, okay. The gears are turning. Maybe I can help you. Yeah, we can help you. Wir haben schon echt viel Geld, glaube ich. Yeah, yeah, yeah. Der will doch jetzt in unser Haus. Who, who did you say? The G3 Cartel? Oh, yeah. Come on, that's crazy. But, okay, whatever. Oh, is of sein eines Auge kaputt? Hmm. Aber es zuckt doch. I've got a fully operational bounty suit in my cart over there. Really? That's convenient. Yeah, I could turn that hairy kid of yours into a true blue bounty hunter. But if they die, I want the house. That's the trade. Are you sure? I don't think they've even fired a gun before today. And wait, you want the house in return? Yeah. This is a great deal for you. I mean, you get all my old bounty hunter shit and I might get a house. I don't know. Enough talking. Just be a gun for a second. You put on the suit, see how you feel. Then make a decision, yeah? I can always just pawn this shit off. Okay, go ahead, try it on. What choice do we have? Na eben. Okay. Äh, wirklich in unser Haus verscherbeln? Na klar. Ach, scheiße. Wir nehmen uns ein neues wieder. Oh, das sieht doch ganz gut aus, dafür, dass ich da gerade in diesem Müll so rumschlag. Oh, you look great, kid. A natural. Definitely not gonna die on your first bounty. Alright, I guess we'll give it a shot, but I don't know this. Ah, was mit ihm? Keine Aktivierungsschlüsse? Oh, yeah. Ich kann mich auch noch nicht bewegen, ne? It's still in trial mode. I pawned off the activation license. The ticket should be in one of your pockets. Some loose change, too. Should be enough. Take that dynamist that keeps pawn shop and he'll get you all set up. The suit will help you get there. Hey there, Jean Zaruthian. It's me, Sudo, your helpful bounty hunting assistant. Toll. Noch ein laberndes Ding vor meiner Nase. Can you go ahead and give the area a quick scan for me? Na klar. Ja. Okay, perfect. Great job. I've identified your current objective. Head on down to Mr. Keep's pawn shop. Can you see the wait point? No. Machen wir nochmal? Nochmal. Da. Ah, okay. Ja, ich würde gerne loslaufen. Okay. You know, I'm waiting, but you gotta go ahead and look at Perfectimundo. Everything is in working order. Mobility unlocked. You are free to move, Jean. Wow. All right. Let's go. I'll get things set up at your house when you're gone. Oh, whoops, sorry about all those pop-ups. I forgot to warn you about that. I'll close them with the interact button, but they are going to keep coming back down. Okay, let's just go ahead and move on to Mr. Keep's, I guess. You're able to see okay? Hey, sorry, I didn't expect Jean to be like that. I think Mr. Keep is just ahead. You got this. Hä? Hä? Ah, ich glaube, rechts, rechts, rechts. Ah, rechts die Treppe hoch. Ja. Ach so. Sorry, ich war vor die... Ja, ja, ja. Ich bin ein bisschen viel auf dem Bildschirm gerade. Ich weiß nicht, was für uns das Bounty Hunting Equipment Jean ist setting up for us, huh? It's kind of exciting, you know? Sort of. It could be cool. Oh, da geht's noch ein, Mr. Keep. So. Jungen, Mr. Keep, hilf uns. Ich kann nichts mehr wegmachen. Oh Gott. Hallo, bist du Mr. Keep? Ich möchte das vielleicht mal helfen. Ah. Ich glaube, da passiert was. Hatte ich schon mal gelesen, was da so steht? Oh, so Orrothian doesn't feel like Pawnee's License Key anymore. What? Did he win the sweepstakes? Ha! Okay, so you want this License Key? But it's really nice. I kind of want it for myself. You've got enough useless shit, Dad! Fine, take it. It's yours. Danke, mach das alles weg. Oh, nice. Das hat Sarah schon gut gestrissen. Oh nein. Oh nein. Was ist die Frage? Er hat gefragt, ob er mein Berater werden möchte, ja, oder natürlich. Er ist Helfer, Dude. Whoa, not bad. It's got your vital readings, Armor levels. Ja, okay. Even my biometrics. Gene really came through, didn't he? I told you he'd be great. Perfect. Just what this galaxy needs. Another good for nothing bounty hunter. Out of my star! Ja, es ist gut. Bye. Alles ist unfreundlich. Ich glaube, wir gehen zurück in das Haus und gehen mit Gene. Du findest es, du findest es. Ja, unsere Schwester, Chilto, hau noch da. Ja. Es ist gut, du kannst gehen, du weißt. Ich weiß nicht, ob du das machst. Ich weiß nicht, ob du das gemacht hast. Versuch auf den Button auf deiner Screen. Ich kann nicht den Namen des Button. Weil ich habe keine Ahnung, welchen Kontrollen oder Keyboarden du benutzt. Geil. Ach, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Ach, der ist jetzt zurück auf 1 zu. Warum ist da jetzt immer noch so ein... Kannst du das nicht wegmachen? Nein! Oh Gott. Ich möchte das X drücken jetzt weg. Jetzt habe ich mich verlaufen. Da ist es raus. Ja, jetzt raus. Ja. Das ist so schlimm, wenn du dich in dem Moment dann auf dieses Pop-Up konzentrierst. Dann bist du kurz raus. Hey! Nice house you got you. Na klar bist du jetzt hier. So geht mir das schlöselig. Oh. Wow. Thank you. You're welcome. What 5000? Your kid here thinks they're gonna be a big bad bounty hunter. I set them up with some fancy equipment. So they're letting me have the house. when they die. They're not my kid. I'm their sister. Oh, ist das wie es ist, die Get in der Sohofen singt. Ja. Die hat ja gar keinen Schilder für das. Nee, wer ist mit dem Ohr wird, oder ey. Ich wäre viel cooler drauf. Ich rede jetzt Action. Ja, manchmal ist das auch ein bisschen zu viel gelaufen. Ja, manchmal ist das auch ein bisschen zu viel gelaufen. So I don't know what's weird or not anymore. Hey, I don't like getting up to take shit, so I'm just gonna shit right here in the couch. Mehr Action, dringend. Just a heads up. Oh, so much information, bro. It was weird, right? It was weird. I'm going to talk to me when you're ready to get down. Ja. Okay. Ist das ein Alien-Porno? Will ich das wissen? Weiß ich nicht, ich bin... Er guckt sich das auf jeden Fall zwar an. Was? Ja, das kann ich eigentlich nüllen. Ja. Na klar. Und ohne dieses Messer können wir leider nicht. Nein. Na klar. Okay. Okay. Ja, okay, so sieht die aus. Weibliches Oberhaupt der Tork-Familie. Befehligt eine Bande von kleinen Kriminellen. Bla, bla, bla. Mhm, sollte nicht unterschätzt werden. Na, dann. Na, komm. Was geht's? Normalerweise würde diese Tür öffnen einen Garten, der sich direkt durchlaufen lässt. Also was tun wir tun? Oh, calm down. Diese Spur... Die Bounty ist right here in Blim. Wo ist denn der Futeilien hin? Ja, da rausgeschleift, sieht man ja. Ach so. Ach so. Irgendwo in der Garage. Ja, sicher. Ich habe genug True Crime gesehen und gemeldet. Aber ich weiß, dass das eine Schleifspur ist. Ja, okay. Ich bin da nicht so bewahnt, dass ich das jetzt jetzt... Oh, Berti, guck mal. Hm, Leute, Tentakeln. Nein. Die geben die Nasen ein bisschen bestimmt. Let's go. Good old times. Ist das dein Ding, oder was? Ja. Es wurde zu sein Ding. Na, es ist ein Ding. Hallo? Hey, no judgment. Also in jeder Mittagspause ziehe ich mir mindestens eine halbe Stunde Tentakel-Promos rein. Sein Spitzname war bei uns war Lederbär-Team. Wenn das jemand kann, dann nicht. Stimmt, ihr seid alle Game Two, und euch nicht. Deswegen sind wir jetzt alle hier. Ein bisschen Teambuilding. Also bei Game Two ist nur noch... Also wirklich bei Game Two ist nur noch Ester. Ja, ich weiß. So was gemeint. Ja, welches Tor nehme ich jetzt? Die rote oder die blaue? Pille? Hey, Kitka, excuse me, can we get our... We need to make our way into the slums, please? No. Hold on. So you really want to get into the slums, oder? Ja, bitte. Elenskill. Oh, come on. Don't make him answer this round. No, I wanna know. It's fine. We'll help. Okay, great. If you saw us at the bar, which of us would you ask out? Ey, sag's ganz ehrlich, keinen von euch. Ich hätte den blauen genommen. Come on, you gotta answer. It's a hypothetical. Ja, vor allem einer muss uns doch durchlassen. Wir nehmen den. Ja, ich finde blaues im Patscher. Come on, come on. Don't be afraid. Ich finde, ehrlich gesagt, rot im Patscher. Äh, zum Patscher, weil er einfach nicht so viele habe. Na gut, dann nehmen wir Burt. Whoa, seriously? Okay, come on. You don't gotta say that just to make a feel better. He's a big boy. He can take it if you think he's way up here. No, 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 they said me. They picked me, dude. They picked me, not you. They picked me. Well, it's true. Look at you. I'm not a liar, man. I never lied in my life. I look at you and I see Bill. Well, well, that's not what they said. They said I, they picked me. Come, leg los. Warum sollte man sowas machen? Warum setzt man dann? Wir bleiben rot. Bye, bye. Listen, we're not switching around here. We picked the red guy. That's the direction we're moving in. Thank you. Thank God. Thank you so much for that changing. I really thought you were going to flake on me. No, fuck you. Change your mind right now. Pick me instead. This is insane. I'm so much higher. You need to chill out, right? Pick me. That's final. That's a final pick. Oh, gosh. Just let me have this one time, man. Hey, thanks for being honest. Don't tell anyone. You can go through my door anytime you want. From now on. Thank you. Yeah. Free passage in and out of the slopes. Wow, thank you. You have no idea how helpful that is. Well, my door's locked forever. Oh, you're close. You're never ever. I think we handled it as best we could, you know? Ja, come, shit. Kann ich rutschen? Das wäre so cool. Das wäre echt cool. Nee. Tch. Aber man hat so eine Art... I've never been outside. Oh, Lord. Oh, it's a top cider. Not interested. Tschüss. Hey, oh my God. I broke my fucking leg coming down the side. Oh, sorry. Sorry to hear ya. Sorry, bro. Look what we got here. Fresh meat. Whoa, whoa, whoa. What are you doing? Come on, he's just a kid. Don't shoot him. Oh, you don't want to shoot me just cause your gun said not to. Just cause you're a gun. Soll ich? Baller drauf, ganz ehrlich. Ah, lass mal versuchen, was man so machen kann. Yeah. What's wrong, friend? Ah, you shot me. I'm dead. Alright, dead. Well, I didn't really be allowed to kill him. You're normally killing children in games isn't allowed, but he's dead. We killed this kid. Are you happy now? We killed a kid. A kid is dead now. There goes our E for everybody waiting. Scheiße, jetzt fühl ich mich schlecht. Toll, Sarah. Wie kannst du nur? Du hast einfach ein Kind erschossen. Hallo, ich hab nen Chief mit angekommen. Aber es war Fallout. Nee, Slumslay. Schön, den Chief mitbekommen, klar. Ah, geil. Oh, oh. Shit, we gotta take down these drones. Okay, do it. Oh, Jesus. Let's go. Sehr gut. Ja, Mann, jetzt geht's los. Sehr gut. Ein Dursch. Du raschiert. Ah, okay. Ah, okay. Die funktionieren automatisch. Ich hatte keinen Bock mehr weiter zu schießen. Ich glaub schon, ja. Kann ich das unterschießen? Ich bin auch so bei Ragnarök drin. Das sieht so ein bisschen aus wie jetzt. Ja. So. So, it's finally happened. Someone killed my daughter. Oh, my God. Oh, oh, oh. I've always called everyone fresh meat. We are so sorry. Listen, don't get used to that. We're not killing anymore kids. I'm drawing the line. So, save her and enjoy it. Endlich hat das jemand gemacht. Ja. Hat sie gesagt. Kann ich sie abschießen? Es wird immer ... Ey, komm wir müssen es ausprobieren. 30 years old have made for our species. Wir machen Amok-Lauf, Ron. ... shooting like a 5-year-old or something. So don't worry. Ich trau mich nicht mehr. Hey, komm, versuch's einfach, Sarah, bitte. Ich hab Angst, dass ich das Spiel das schon wieder merke als ich es versucht habe. Oh Gott. Ist schon hilarious. Ob das wohl Gegner sind? Oh, muss ich euch schon wieder erschießen? Warum erzählen wir das alles? Ja. Baller drauf. Ja, baller drauf. Ja. Einfach wegballern, ja. Let's go. Oh nein, Jason. Kann ich dich kill? Boah, ist das schwierig. Ja, oder? Aber ich glaub den kann man, den haben wir unten schon versucht. Ja. Wer schießt denn? Niemand schießt. Ich glaube, du siehst unten auf dem Radar, siehst du aus welcher Richtung schießen. Ja, jetzt hab ich's auch, danke. Oh nein. Oh nein. Es ist so weird ey, wenn man nicht zockt, dass man einfach diese Knarre dabei so anschauen kann. Ach so, ja. Sie so, hm, was machst du da? Ja, shit. Schieß mal aufs rote Fass, sage. Ja. 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 Ich hätte dem Spiel auch zugetraut, dass man auf das rote Fass schießt, das nicht explodiert und der so, oh, what, you think it's a video game? Ja. Jesus. Oh ja, klar, das sind gar nicht viele oder so. Kann ich irgendwo hin? Okay. Nice. Ja. Sorry, gut. Nice. Ja, wir haben auf sie geschossen. Ja, wir haben auf sie geschossen. Ja, bitte. Wie gibt die Infos? Was machst du her? Weißt du, wo der ist? Ja, weißt du, wo der ist. Bin zu Nientorg? buddy all I know is fish and I'm barely know fish. Noo, da ist es nichtsannersch. Sie z oh. Ja. Oh, nein. Oh, nein. Come on, kid. Take the hint. Either we're pretending, or Nientorg's goons kill me for squealing. Okay, I got it. We're pretending. Oh Christ. Just follow that path along the sludge. Okay. Okay. You're a wise old fisherman. Can you tell us a little bit about Nientorg? Quiet. Natürlich. Ja. Oh. Ach, das ist schon cool. Da reicht, oder? Aber ich dachte, vielleicht kriegt man noch Infos. Das ist doch schon mal eine gute Info. Ja. Ab zum Waschsalon. Ja. Laundromat. Ja, wie würdet ihr das tun? Ach so, ja. Wir schauen erstmal, was da noch auf dem Zeiger angezeigt wird. Oh hey, you want to see a cool party trick I used to do? Aim me at those platforms. Come on, come on, give it a shot. Fuck yeah, I told you. Ah, quasi ein Shotgun-Schuss. I call it my Glob-Shot. It comes out of my trick hole. I'll get it. Trick hole, ey. Oh my god. Doesn't this fucking rule? God, I love stealing big, goofy Globs. Yeah, we can't get inside those Glob-Locks without something really sharp. Oh oh. Äh. Oh nein. Ich bring es zurück, wenn ich fertig bin, aber ich würde es nicht anfassen, wenn ich du wäre, okay? Du kannst es behalten. Also, was auch immer, warum komm ich da jetzt nicht durch? Äh. Weil da nicht... Ah. Ich habe es nicht verstanden. Nö, Sam. Ach so, immer auf den Klo. Ja, okay. Ah, okay. Videospiel-Logic. Ja. Ah. Ah. Oh, okay. Ah, jetzt kannst du dich schön da hinten schon abballern. Ja, aber seht ihr, wo wir hin müssen? Mach mal den Infos gerne. Da rüber. Ja dann. Aber dann kann ich... Ja. Reicht das? Ja. Ja. Am. 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 Oh, ne, nachladen in dem Moment ist natürlich funny, es. Keiner Baum. Ne, warum? Einmal zuhören. Ja, it's your fault, Stemulax is dead. I was in love with him. Did you know that? I loved him. Oh, sad. Hey, guess what? I have another secret trick you can use. The power of negotiation. Ah, was? Was sagt der jetzt? Hallo, ich würde gerne mit Ihnen behandeln. Grüße euch erstmal. Ja. I think it's the buyer. Hey, are you the buyer? Ja. Ja. Ich finde dein geliebter Stemulax auch verschafft. Ist schon funny. Ach, come on me, you're lover Stemulax. I'm back from the dead. What? Oh my God, baby, you're alive. Das klingt anders. Let's play along. No shooting. Wait, you're not my dead lover Stemulax. You're just a person. Oh, what a good trick. You tricked me. Nice job. They told us this buyer was a real prankster. Oh, you. Come on. That was pretty fucked up. That joke is gonna fuck me up. Oh, you got him good. Okay, though, but enough of that. Ah, das ist das Messer. Ja, er auch. All right, here's the product. A genuine talking knife. I gotta be honest with you. He's a real piece of shit. He's extremely violent. He basically only talks about one thing to kill people in very disturbing ways. Fuck you. I'm gonna clark out your anal cavity. Gonna make it three times as big. Your shit's just gonna crop right out. Oh, you can see what I'm talking about. Oh, I'm perfect. That's exactly what we're looking for. Oh, fuck yes, thank you. Oh. Oh. Bring a knife to gun fight. Geil. Oh, just a reminder. Don't do anything crazy. Also, ich würd zustellen. Just like, look at it, see if you like it. Put it back. Der hat schon seine Liebe verloren. Vielleicht können die zwei was miteinander anfangen. Mhm. Ach, man kann nicht gehen. Das ist sogar die Aufgabe. Er sticht die Ameisenschläge. Fuck yes! Oh, das tut mir voll leid. Oh, man. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Hey, you. Let's just put me at your raw, fleshy little tummy and jab me right into there. Let's get all those guts torn up. Let's see that fucking wrecking stuff. Ja, natürlich. Wo geht's denn hin? Wo bin ich denn hergekommen, dadurch? Okay. Change your plans. Bring me to Gene, so I can fucking decapitate him. Ja, klar. Oh, that's rich. There's no way I'm forgiving him, though, for leaving me with that fucking Nine Torg. Ja, aber wo denn? Denn das ist auch so geil. You know Nine Torg? We're trying to kill her. Oh, perfect. Finally, we're on the same page. Let's kill Nine Torg, damn Gene. Kannst du gleich. Okay. Okay, definitely Nine Torg, but let's put a pin in the whole Gene thing. How do we get out of here? With my tether ability. I'm more than just a knife, you racist. I'm a tether too. Look up and latch on. Yeah, there we go. Yeah, there we go. Fucking cool, right? Ah. Ah. Oh, fuck yeah. Not as good as salmon. This is pretty good. Well, alright. Where to next? The Sludge works process in plant. Nine Torg was talking about some traders yet to hear with. Probably not one of our clones. Five Torg or six Torg or whatever. I don't know. There's too many now. It's too many talks. How many clones are there? Who the fuck cares? Stop thinking so hard and just look for the big sludge work sign. I wanna stab somebody. Oh, a lug locks. Excuse me. Hey, I can open those fuckers up real good. And there's loot inside for you too. We're winning. We're winning. Ah. Ja, jetzt können wir die endlich öffnen. Schrecky. Was macht das denn jetzt, Sam? Ach, find ich schade, dass das jetzt nicht meine Aufgabe macht. Ne, hauptsache loot. Hauptsache loot. Ich glaube, das ist wieder was, wo du gegenschießen kannst, oder? Ja. Hm? Ach, da unten. Ja, okay. Wow, steh ich gerade auf dem Schlauch. So. Ja? Ja. Ja, okay. Stark. Dafür sind wir ja schließlich zum Viert. Siehst du deswegen nur wieder? Anton hat uns einfach nicht zugetraut, dass einer alleine das hinkriecht. Oh Gott. Das ist so bekloppt. Oh Gott, ey. Möcht mal jemand von euch? Wenn ich so will. Gerne. Gerno. Leg los. Also es gibt eigentlich nichts außer Gewöhn. Wo muss ich hin? Da. Da. Okay, alles klar. So wie zielen schießen, das mit den Schultertasten. Äh, aber dieser Power Schuss. Rechten Bumper groß. RB. Ah. Ja? Ja, oder? Wenn du ihn hältst, hast du dann deine Flugbahn. Wenn du ihn kurz drückst, hast du keine Flugbahn. Oh, nice. Oh, Scheiße. Sieht direkt los. Äh, und rechter Joystick reindrücken ist, äh, ist dieser Knarkampf-Messer-Dings. Äh, was ist rein? Was? Wenn du messern willst. Was ist das? Was ist das? Joystick reindrücken. Okay, hast ja. Ja, okay. Man sagt, es ist nur einmal zu stechen, sie sticht direkt zu. Was? Da. Sorry, die abzustechen ist halt auch einfacher, als mit dem Ding zu ziehen. Ja, vor allem ist es echt furchtbar. Ist die Steuerung echt so schwammig? Also es geht schon, naja, es ist also, naja. Also während euch zuschaut, zieht das eigentlich relativ hier weg aus. Ja, finde ich eigentlich auch. Ich glaube, du musst dich am Anfang nur ein bisschen dran gewöhnen und vor allem halt auch dann mit der linken Schulter das zu zielen. Ja. Ach, hinter mir ist noch einer. Ja! Aber ich bin sowieso immer lieber Nahkampf und Leute draufballern als Fernkampf und zielen. Ist auch eine weirde Reihenfolge. Hä? Ich war auch gerade, wo bist du gelandet, ey? Ist auch eine weirde Reihenfolge, erst die Knarre zu kriegen und dann das Messer. Lädt sich mein Schild eigentlich automatisch wieder auf oder geht das nur mit diesen Dingern da? Weiß ich noch nicht. Ich frag mich auch immer... Was ist denn mit den Kreuztasten? Was kann man da machen? Gibt's da vielleicht irgendwie Healing oder Schild oder sowas? Kein Plan. Ich stech erstmal weiter an. Ja, ich muss mir gerade ein bisschen... Geht nicht! Oh, ja, nice. Sehr gut. Das ist wirklich hilfreich, wenn du so eine Gruppe, die auf dich schießt, einfach mal kurz wenigstens in die Luft schleudern kannst. Dann hast du ein bisschen mehr Zeit. Da, der hat so ein Schild fallen lassen. Hast du das eingesammelt? Nee, da. Nice, danke. Okay. Oh, wir sind schon bei Nine Torque, Leute. Oh, nee. Direkt Bossfight, viel Spaß. Nein, du schaffst das. Aber ich glaube, die Szene kenn ich von der Gamescom. Ja, ja. Ich hab mal ein längeres Gameplay-Video. Hopling Nightlife. Ach, stimmt. Genau. Och, nee. Ich wollte nicht direkt in den Bosskampf schildern. Sorry. Nine Torque. Nine Torque. Fancy Arm. Ah, das fängt ja... Ah! Fuck you! Du machst das super. Auf jeden. Kannst du sie auch hochschleudern? Also es bringt dir der Schuss los. Ja, 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 ist gut, ist gut, ist gut. Oh, super. Ah, super. Ja, nice. Nice. Sehr gut. Kann ich sie auch messern? Nee. Warte. Oh. What is she doing? Im Wasser? Oh, ich glaub, die ist abgekommen. Da. Oh, oh. Sehr gut. Kommt sie hinter... Nee, da kommt sie. Okay. Jetzt macht die noch mehr. Ey, die macht alles weg. Die wird noch mal kommen. Ach, fuck. Ich glaub, muss springen, ja. Okay. Ja, nach oben. Genau. Ich muss die ganze Zeit in der Luft bleiben. Oh. 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 Nicht gut. Ah. Ja, jetzt kommt wieder eine Plattform. Oh. Nice. Wo ist sie? Schleudersäge, glaub ich, echt hoch. Ja. Dann hast du... Zeit was zu landen. Alter. Putz mich hoch zu schleuern. Ja, dann lad dich doch mal schneller auf. Wie gut ist so das Backseat-Gaming von drei Leuten? Ja. Ich sag... Au, ich hab damit was machen können. Ja, muss das... Ja. Ich bin... Okay. Ich glaube, wenn das kommt, musst du auch wieder nach oben, damit du... Ach so, an die... Weil sie dir mit... Sie hat dir mit Absicht gescriptet die... Ah, nein! Das war die falsche Taste. Oh no! Oh no! Sie hat dir ja mit Absicht gescriptet deine Deckung quasi weggenommen. Bin ich jetzt hier reingesprungen? Du bist nein. Ah! Nein! Wir haben uns aber gerade verloren. Wow, wir haben unseren ersten richtigen Bosskampf zusammen gemacht. Wir haben die Pistolen auch noch gesagt, bevor wir gestorben sind. Soll ich's noch mal probieren? Ja, das war wirklich gut. Ah! Okay. Ach so, ja. Oh nein! Boah, ist aber auch fies, dass man alles wieder neu machen muss. Okay, ich muss warten. Das Aufladen ist... Das sehe ich da an dem... Unter dem... Unter dem... Dings, ne? Ich achte nochmal extra drauf. Unter dem... Wie heißt das? Äh... Pfannkreuzding da. Zielkreuzding da. Oder? Ne, ich glaube rechts dieser RB-Bahn her voll ist. Ah, ah, ah. That makes sense. Jetzt. Jetzt müsste er wieder voll sein. Ja, nice. Richtig gut. Geil. Oh, okay. Es fängt schon an. Ja. Das ist ja überhaupt reingegangen. Dass die Pistole greift nochmal auf, dass wir gerade gestorben sind. Finde ich auch gut. Voll, ja. Finde ich auch super. Ne, richtig gut, dass ihr das gemacht habt. You know what I mean. Ah, scheiße. Okay. Oh, falsche Tasse schon wieder. Hey. Hey, I'm still here. You can still use me if you want. Ah, ich kann hier einfach im Kreis. Okay. Ja. Das macht's einfacher. Ja, aber warum ziehst du mich denn nochmal durch die Suppe? Mit dem Messer kann man scheinbar auch Angriffe abwehren irgendwie. Hat er zumindest gerade erzählt. Aber wie? Wahrscheinlich, wenn du, also Perry, wenn du dir den Knopf drückst, auf den man ihn rausholt, wenn sie gerade angriffen mit dem Laser. Ja, vielleicht finden wir das nach dem Cover. Ich mach mal ein bisschen Action hier. Na klar. Ja, dann kommt die von der anderen. Ah! Hä? Da war grad Five Tor? Wo? Oh. Das hat geklappt. Das war super. Da, ja. Ich geb ihr. Ah, shit. Boah, jetzt hat sie da noch das. Achso, jetzt geht wieder eins höher. Okay. Gut. Da ist doch der Ausgang. Da ist der ganzen Schleim, Suppe. Ja, ne. Noch mal. Gut. Stark. Yes. Oh, geh mit deinem blöden Laser noch weg. Der ist wirklich fies, ne? Mhm. Den kann man aber nicht blocken. Der hat auch so'n leichten Gehlecht. Das kann man ja nicht. Ja, stark. Stark. Ich würde sie echt gerne einfach abstechen, wenn sie dann da liegt, ne? Ja. Ja. Du hast jetzt aber wieder dein Schleim. Oh, nein. Schade. Oh, fast. Haben's fast. Und wir haben noch mega viel Leben. Oh, falsche Taste. Oh. Falsche Taste. Ja. Ja, nice drüber. Und? Fast, 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 fast. Gleich, 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 gleich. Was, 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 was? Gib ihr? Ja. Oh, nice. Jetzt. Nee. Du bist hoch, du bist hoch. Ja, raus, raus, raus. Ja. Junge, what the fuck. Oh, das klingt richtig gut. Auf jeden. Nice. Hoch mit uns, ja. Kann ich jetzt, ich kann immer noch nicht ganz. Aber jetzt kannst du ihr runter, ne? Ja. Sehr gut. Da hast du die Trophy. Was baut die down? Dumme. Alde. Kann ich mir einfach hinspringen? Oh, ja. Weiß ich nicht. Du musst noch was aus ihr rausschneiden. Lass uns, der fertig gelabert hat. Oh, Gott. I can't look. I can't. I can't. I can't. Sie ist. Alter. Am Spritzer. Haben wir's jetzt, ne? Ich find's gut, dass das Messer Angst vor Blutland hier. Oh. I don't mind if you mutilate her corpse. Oh. It's fine. You did such a good job. That was like, off the hook. Na klar, haben wir für so'n anderen Torx die umgebracht. Oh, don't worry. Things are gonna be a lot different around here. So, no more crime then? Oh, not that different then. Ne. Oh, ne. Oh, Gott. Ess. Drück mal. Drück mal. Drück mal LB. Sorry, Leute. Ja, warte, warte, warte. Ja, warte, warte, warte. Ja? Are you gonna be okay, if we just kinda leave you hanging up there? Oh, yeah. Yeah, I can get down just fine. Hanging from ropes feels nice for my species. Ey, bring die um. It's good for our backs. I'm actually the one who put myself here. Soll ich's machen? Ja. Ah, I can't feel that, you know. Ja, komm. Ja, komm. Ja. Okay. Kannst du die erst abstechen? Kannst du die abstechen? Come on, that hurt. That's right. The numbers, you know. Haha. Ey, was so geil. Das ist einfach ging. Sorry, Pipe Talk. Die ist fünf Jahre alt. Das wollen ich nicht. Nice. We killed another boss. A bonus secret boss. Bonus secret boss. Auch so gut, dass erst die Lebensleiste von ihr kommt und sie sich aber nicht bewegen kann und du erst denkst, oh Gott, das ist safe. So ein Insta-Death. Sorry. Ich wollte eigentlich nur gucken, ja. Aber wie kommt man da raus? So, wie komm ich jetzt hier raus? Ich kann nochmal versuchen. Kannst du sie als Dingspunkt benutzen? So als das Seil oder so? Naja. Wahrscheinlich. Okay, ich kann nochmal versuchen zu springen. Ja, aber es sieht zu weit aus. Ah! Okay. Sorry. Hä? Sorry, Boy. Ach da. Alright, let's go home and turn in our first bounty. Hey, you know, that was some pretty solid bounty hunting back there. Oh, jetzt können wir rutschen? Ja, also zumindest an der Seile dücken. That was some good killing. And I'm somewhat of a killing expert, actually. I can't wait to see Jeans face when he sees we pulled this off. Let's head back up through the slums tunnel. Hey! You thought you'd be on it! So, dann bringen wir mal Jeans die Bäute zurück. Willst du übernehmen? Na komm, warum nicht? Ah, guck mal. In dem Radar kannst du diese Lootboxen finden. Yes. Lootbox, Luke Locks. Ist halt auch fantastisch, ne? Ah, hier. Nice. Chin, ching. Loot, loot. Loot, loot. Oh, deine Schwester will was. Was will sie denn jetzt? Lizzy, was geht? Wo ist das denn? Oh nein. Oh nein. Das ist mir gar nicht gut. Oh oh. Neben Quest. Er sagt, dass du tot bist, aber er ist voller Scheiße. Das ist immer noch durch die Gegend. Kannst du versuchen etwas essen? Okay, wir müssen Essen suchen, was wir essen können. Ich glaube. Ja, wir gehen jetzt eh erstmal nach Hause, ne? Ja. Wir gucken mal Schutz vorbei. Okay, also nach Hause, ja. Ja. Hätte ich gesagt. Scheiße. Auf dem Radar ist ja jetzt auch nichts mehr. Jetzt kannst du nämlich auch quasi schnell, schneller da durch. Hä, Schutz holen! Hä? Woher hätte ich denn landen sollen? Ey, sie ist nicht so happy mit uns. Ach ne. Einfach weitergehen. Ach, Bärti. Lass doch die arme Frau nicht. Wirklich, lass die doch mal trauern jetzt. Du kannst doch nicht einfach NPCs erschießen in dem Spiel. Aber dann sag mal doch nicht, du hast endlich meinen Sohn umgebracht. Ach, man kann sogar anpassen wie oft. Ah, okay. Ja, okay. Ist hier noch irgendwas? Komm noch mit. Warte, warte, warte mal. Na, wie geht's deinem Bein, Bro? Oh, you're back. Hey, yeah, my leg's still. Very broken. Ja, mein Beinleid. Und wie geht's dir? Und wie geht's dir? Welcome back to my amazing place. Awww. Ja, sorry. Könnte geiler sein. Ach, jetzt kommen wieder die rote und die blaue Pille. Nein. Echt? Aber durch die rote Tür müssten wir ja eigentlich einfach drücken. Ja, aber vielleicht hat unsere Tür jetzt einen Nervenzusammenbruch oder so. Oder? Hey, fuck you! I'm so pissed! And you! Hey, I hope you had a good time in the slums. Come visit anytime! Ja! Na gut, dann nicht. Und jetzt, I'm making them far, far greater than ever. However, there's something plaguing our city far worse than any other city. Ja, jetzt kriegst du Sidequests. Effekt. Mhm. Aber du kannst jetzt auch die Lootboxe aufmachen. Yes! Oh nein! Das ist eine besondere Lootbox. Ja? Weiß ich nicht. Aber er sieht so nett aus. Oh! Hey! Hey! Bist du am Leben? Ja, wir sind da. Ja, wir kommen hier schon. Ja, wir kommen hier schon. Sorry! Ich weiß eigentlich, wie wir... Ach so, das wissen wir auch nicht. Ja, das kommt auch dazu. Ja... Ey, wenn du jetzt noch chatten musst... Magst du uns das vielleicht Lissi nicht? Nee, okay. Wollen wir wissen, wie unser Gene mittlerweile aussieht? Eingeschissen wahrscheinlich. Er hat uns ausgesperrt. Er wohnt jetzt in unserem Haus. Er ist so ein richtiger Mietnomade. Was? Nein, es ist uns! Oh, shit! Wirklich? Guten Job! Oh Gott, er hat unsere Schwester. Nicht, dass ich sie mögen würde, aber... Okay. Jetzt müssen wir jetzt Gene killen. Ja, immerhin, lässt er uns rein. Was geht denn hier ab? Ich glaube, das ist schlimmer als... Ja, aber Lissi lebt. Ja... 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 Was? Soll ich das machen? Oh, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Das ist, glaube ich, keine gute Idee gerade. Guck mal, ob du die DNA abliefern kannst rechts bei der Maschine. Ja, das... Das... Nee, doch. Doch, doch. Das mach ich mal als erstes. Wir machen erstmal Bounty Hunting und so. Jetzt mal... Abliefern. Ja. Okay, dann kann ich auch aufschlafen. Ja, ich wollte dich mal so schnell auf die Bounty Hunting. Ich hab noch keine Bounty Hunting. Ja. Okay, dann kann ich auch aufschlafen. Ja. Ja. Ja, ich hab noch mal aufgedrückt. Ja. 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 Ja, wenn du das machst, du möchtest, du möchtest nach der Porn Shop und kaufen die Dodge Unit, die ich ausgedrückt habe. Ich habe vergessen zu erzählen. Geh, ein paar Pesos und das. Ja. Oh, weißt du mal, kann den abstichen? Ja. Aber... Der hat halt ab und zu mal wichtige, also hilfreiche Infos. Ja. Naja, es ist halt so ein Zwischending zwischen, wird er unsere Schwester einsperren, wir kommen nicht mehr rein und er macht sein eigenes Haus draus oder kriegen wir keine Aufgaben mehr. Ja. Wir haben ja auch schon jetzt eine gute Stunde gezockt. Würde mich schon interessieren. Ja. Wir haben jetzt auch eine gute Stunde gezockt. Es wäre auch natürlich ein guter Moment, zum Abschluss das rauszufinden. Soll ich es wagen? Ja, komm. Ja, okay, dann machen wir aber das als Abschluss. Okay. Nein, ich kann... Ja. Warte mal. Jetzt geht es nicht mehr. Nein! Ich will doch... Du kannst dich zu ihm auf die Couch setzen. Ja, aber du hast das Messer gerade gar nicht draußen. Warte mal. Kannst du denn... Kannst du deine Schwester... Ich kann mich auf die Couch setzen, warte mal. Ah, natürlich. Lass mal einen Film gucken. Was ist das für ein... Ich glaube, dass das kein Film... Gene, ich will dich abstechen. Sagst du, wie es ist. Es war... Na gut, kann man scheinbar nicht. Okay. Leute. Ich würde sagen, das ist ein guter Punkt, um auszugehen. Es war auf jeden Fall schon mal ein guter Einblick, würde ich sagen. Wir haben den ersten Boss gesehen. Esa hat das auch richtig nice gemacht. Und Esa hat sogar zwei Bosse gelegt. Ja, sogar zwei Bosse. Der zweite war echt herausfordernder. Aber ich habe mein Bestes getan. Ich bin halt echt gespannt, wie sich das so trägt, wenn das so sieben, acht Stunden spielt, mit einem Messer das immer an einem reden. Ich finde es aber gut, dass du einstellen kannst, wie viel die dann reden. Also, dass du das ein bisschen einschränken kannst. Aber ich muss sagen, ich finde es... Also, es war jetzt vielleicht... Ich bin auch gespannt, wie die Community es dann sieht, weil die labern die ganze Zeit und wir reden dann auch ein bisschen. Das ist halt gerade das. Aber wenn man sich vorstellt, dass man es alleine spielt... Also, ich fand es bisher hilarious. Ich habe jetzt schon überlegt, ob ich es vielleicht ganz spiele. Weil ich finde den Humor von Rick and Morty halt geil. Der kommt da ein bisschen durch. Kann nicht versprechen, dass ich nicht nach zwei Stunden dann doch genervt die Scheiße wieder ausmache, weil die zu viel labern. Aber an sich, es hat Bock gemacht. Ich fand es gut. Ja, auf jeden Fall. Ich gehe jetzt erstmal in den Ruheraum. Ich gehe jetzt auf gar keinen Fall in die Redaktion. Auf keinen Fall in die Redaktion. Ich brauche jetzt erstmal so eine Stunde für mich. Ja, auf jeden Fall. Ein bisschen new time. Leute, auf jeden Fall danke euch. Haut in die Kommentare, ob euch dieses etwas andere Let's Play hier gefallen hat. Und wir haben das zu viert auf jeden Fall angezockt. High on live. Und schreibt in die Kommentare, ob man Gene da an der einen Stelle hätte abstechen können. Vielleicht hat die eine oder andere Person bei euch das ja schon ausprobiert. In dem Sinne, vielen Dank nochmals euch Leute. Und guckt weiter Rockbeans. Abonniert uns, drückt die Glocke. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.